Ja. Machst du alleine? Nein. Ich bin pur aus Gold. Wir landen in den Springs. Ja. Wir sind im Kröker. Lukas. Nicht meine Schuld. Mein Ping ist 200. Ja. Es wird sehr lang. Wir haben noch nicht dieses Glasfaser-Ding. Und die Schirkenاخlee sind trotzdem am 3-rated Manche kam. Und der Was ist das auch mit ihr machen? Dieses Geschenk steht trotzdem. Lukas ist dran. Hallo. Guten Tag Lukas! Okay, warum da? Ja, das leckt halt bei mir sehr hart. Also es kann sein, dass ich nicht so gut da lande. Oh, guck mal, wie viele Gegner da sind. Ich lande nicht da. Ich hab keine Waffe. Die sind mit Teik hinter mir her. Ja, der weiß, wer ich bin. Ja, ich bin weg. Weiß, Leute. Unten. Siehst du? Und war es, als ob du keine Waffe gekriegt hast. Oh ja, das war knapp. Gönnen wir erst mal die zwei grauen. Ja. Gut gespielt. Ja, können wir gleich wiederbeleben. Es leckt ja, ich weiß, dass es leckt, du Kass. Gut. Kannst du mich wiederbeleben? Nein, 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 pass auf. Wir kommen sofort nach einer Runde. Wir kommen sofort nach einer Runde. Äh, ich bin noch nicht in der Runde. Nee, nein, nein. Ich bin noch nicht in der Runde. Wir kommen jetzt zum Verkaufeln. Oh, ich weiß mir, ich weiß, ob ich jetzt schon kriege. ... ... ... ... ... Das war's für heute. Okay, Tim wird jetzt eine Weile lang nicht reden. Ich würde sagen, wir versuchen nochmal Salty. Mein Ending Salty Springs. Also es lag wieder bei mir. Ich habe einen 200er Ping. Das ist nicht so gut. Die Qualität der Internetverbindung reicht derzeit nicht, um das Spiel zu übertragen. Das ist doch mal perfekt. Das wird jetzt auch kein langer Ping, weil ich muss bald schon auf. Ja, wahrscheinlich. Was? Was? Ich kenne, du hast die Knopf einfach die Barschke geschlossen. Ich werde dich auf die Barschke geschlossen. Ich werde dich auf die Barschke geschlossen. Ich habe die Barschke geschlossen. Ja. Oh, knapp, knapp, knapp. Da liegt noch ein Apfel. Es liegt... Hallo? Ihr seht, es war gerade sehr knapp, aber Tim hat es geschafft wie ein Weltmeister. Als ob er das nicht zum ersten Mal macht hier. Ja, komm, komm, komm. Hier ist ein Gegner an der Rutsch. Wahrscheinlich. Komm! Komm! Ich habe das nicht. Oh mein Gott. Ich brauche mir das. Oh. Ich kann ihn noch nicht mehr durch. Pass auf, er kommt. Er schießt mit dem Rocket Launcher. Ich bin weg. Das Werner. Ja, genau. Der Typ ist das Werner. Pass auf. Oh. Oh, nice. Ey, das ist jetzt schon das dritte Mal, dass ich down bin. Kannst du mir gleich pumpen und droppen, wenn du mich gehielt hast? Oh, danke. Dann mal alle Wochen nach, die du hast. Danke. Das ist ein echter Schwitzer. Oh, ich muss auch... Oh. 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 Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Und du bist da? Oh, oh. Es ist nicht so gut, aber es ist nicht so gut. Ja, wir haben heute ja schon Formel 1 hochgeladen und einen Stream, aber der ist jetzt auch nicht mehr on. Also den gibt's nicht mehr. Slack bei mir wieder. Ja, hier sind Blühwürmchen. Eigentlich mag ich die gar nicht. Ja, hier sind Blühwürfen. Ihr seht es auch im Stream, dass es legt. Also, ja. Ich glaube, ihr habt schon das Video mit unserer eigenen Map gesehen. Die Websites, also ich finde die gut. Könnte man noch ein bisschen besser machen. Ja, und da gab es noch ein paar Leute, die fanden die jetzt nicht so gut, aber... Ein paar Leute. Das ist uns jetzt auch egal. Hashtag cool. It's a prank. Ja, wir kriegen nächstes Jahr auch Glasfaser und dann würde der Stream noch ein bisschen flüssiger laufen. Wenn Tim streamt, hat er ein gutes WLAN, aber das ist das Problem. Wenn er streamt, hört man mich irgendwie gar nicht. Tim, komm. Oh nein, wir müssen noch weiter in die Zäune. Oh ja, okay. Ich guck mal von der Seite, ob man dagegen was tun kann. Oh, ich hab's gehört, Tim. Okay, einer ist down. Einer ist weg. Hilfe, bei mir ist einer. Ja, nice, ey. Wenn du das nicht so lecken würdest, dann wär's doch viel besser. Ey, man. So macht das gar keinen Spaß. Das war auch komplett unlogisch. Tim, lass uns erstmal warm spielen auf deiner Map. Und dann, wenn wir ein bisschen später machen, wir gleich nochmal spielen wir noch in der Runde. Alles nur Streams, ey. Spaß. Einer guckt uns gerade zu und das ist nicht Lukas. Hör mal hier, wie's aus. Deswegen, ich hab's doch gesagt. Wachs. Mein Handy ist aus. Ich weiß. Ich weiß ich hier nicht. Einfach, ob das jetzt creative heißt. Also Leute, hört man ganz genau hin. Was ist das? Ich hoffe, man hat das gut gehört. Es lag's, würde ich mal flicht behaupten. Lukas hat sich jetzt, ja, mein Bruder klaut sich immer Sitzigkeiten von irgendwo und dann isst er die. Ja. Und jetzt ist er schön in den Zweischraum gegangen. Und isst die da jetzt. Und jetzt ist es so, dass ich jetzt so nerven, ich werde jetzt so abgefuckt sein. Ach, das wird jetzt so stressig. Ja, nice. Es dauert 15 Jahre, bis ich hier meine Waffe wechsle. Oh, 300er Ping. Wird schon kein Bock mehr. Ja, das ist eigentlich egal. Aber ist ja viel egal. Machen wir ohne Fallen oder mit? Ist das eure Map? Ja, Leute. Das war's mit dem Stream. Ja. Kannst du den Streams mal starten, weil bei dir leckt es dann nicht. Ich kann dich jetzt nicht hören. Ja, jetzt gerade geht's eigentlich. Ich hab jetzt ein 21er Ping, aber trotzdem noch schlechtes WLAN. Ja, nice. Kennt ihr? Ah, ich liebe es einfach. Wenn es 15 Jahre braucht, muss man... Glück gehabt sei, dass ich überhaupt diesen konnte. Nein, hab ich nicht. Ich hab noch keinen Leistream beendet. Wollte ich nur sagen. Oho. Leckt doch nicht so. Oho. Ey. Nettig. Nettig. Wow. Ja. Perfekt, Leute. Ihr seht es. Ich hab... Hä? Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ja, GG. Kannst du streamen, weil ich hab grad ein 200er Ping, ein 300er Ping. Ich weiß, man hört mich denn nicht. Aber das ist halt auch scheiße. Ich weiß, es ist auch für euch duft, dass ich jetzt so sauer bin. Aber das ist halt scheiße. Das ist so ein Abfuck. Ich seh schon, Tim kommt da angeflogen und ich kann nichts dagegen machen. Was? Was? Nein, hab ich noch nicht. Ja. So geht das aber nicht. Ja, aber es wird halt schwer, weil das ist so eine große Datei. Ich hab nicht so viel Speicherplatz. Ja, deswegen, ich bin hier endlich wirklich so ein Streaming. Kommt drauf an, ne? Mit wem? Ja. Ja, GG, 200er Ping. Ich kann noch nicht mehr laufen. Mal gucken, wie lange es dauert, bis ich hier... Nice. Und jetzt, bis ich bauen kann. Ich drück doch die ganze Zeit. Ja. Oh, das ist doch noch der Ping. Oh. Das ist doch noch der Ping. Oh. Ja. Aber ich finde den Travis Scotty, das Travis Scotty-Band irgendwie besser. Hast du die nicht? Ich hab die. Du musst, äh, du musstest früher diese Mission machen, um die zu bekommen. Ich lande hier in diesem Haus. Scheibenkleister. Hatten wir einen Sniper? Nein. Spaß, erzählt. Ja. Wir haben einen Sniper bekommen. Ja! Endlich! Ey! Ey, der hat eine Heavy. Eine Heavy Power, äh. Oh, ho, 290er Headshot. Du siehst, wie es leckt, ne? Oh, ho, ho. Oh, ho. Ja, okay, ich... Ich hiel mich eben, okay. Ja. Also, wie gesagt, sorry für diese Stimmung jetzt, aber... Ihr kennt es alle. Wenn man normal spielen will, auf einmal so einen, so den schlechtesten Ping hat, aller Zeiten. auch, ho, 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 ho. Ah! Hä? Ja? Ich hab die Karte. Doch, hab ich, hab ich, hab ich. Ich hab die Karte. Ich hab die Karte. Ich nehm für dich hier die One-Pump mit. Ja, wollte ich auch. Oh shit, ey. Oh nein. Oh nein. Batman, Digga. Ja, ey. Ey, ich muss offline. Ja. Doch. Wo denn? Was wirklich? Da steht doch nur ein Zuschauer. Ich rede nicht mit dir. Nee, ich meine, ich muss jetzt wirklich auf. Ich spiel noch eine Runde. Die dauert eh nicht lange. Jetzt? Junge Lukas, ich bin schlecht. Es leckt gerade. Ich hab 300 Topping. Trotzdem. Hallo. Ich mach noch die Runde. Die Runde kann eine halbe Stunde dauern. Bei mir nicht. Mach aus. Junge Lukas, bitte. Nein. Lukas ist ehrenlos. Ich muss auf. Ich bin ehrenlos. Ja. Wer hat denn den Karton da auf die Treppe gestellt, damit der die ganze Treppe runterrutscht? Ja. Mama hat gesagt, ich soll den einstellen. Mhm. Einfach mit auf die Treppe, damit er runterrutscht. Ja. Ja, ich wurde wahrscheinlich rausgeworfen. Nee, warte. Ich guck gerade. Nee, ich bin noch drin. Max. Max. Lukas, ich mach ganz schnell noch die Runde. Ich lande auch hier bei Stralteam. Was für? Nein. Max. Lukas ist da ordentlich. Okay, ich lande schnell in Lazy Lake. Da sind noch mehr. Ich lande bei Lazy Lake, okay. Okay. Heavy Sniper. Ja, moin. Haben wir Combat? Eigentlich. Ja, jetzt. Ich geh raus, weil hier sind noch mehr Gegner. Ja. Ich bin Sau. Ja, ich hoffe euch habt der Spring gefallen. Auch wenn der jetzt nicht so lange war. Liked alle, abonnieren, liken. Aber disliked alle den Kanal, schichlelala. Hey, welchen Kanal du? Ich hab gar keinen Kanal. Mhm, denkst du. Was? Denkst du. Ja. Ich hab keinen Kanal. Ciao, Leute. Kommt.